Nach dem Tod von Isaac Ibanez als Arrangement für klassische Gitarre weltberühmt. Inspiriert durch meine großen Ideen, Mielschnein, Kreisler und Heifetz, habe ich mich vor einigen Jahren daran gewagt und ein Arrangement für die Geige geschrieben. Ich finde, Flamenco ist auf der Geige fast noch spannender. Wir spielen jetzt für euch Astorias. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.